So, moin moin und willkommen zurück, dieselbe Stelle, neue Welle, Trivolo's Let's Play. Eine neue Runde Greek Rose. Das wird immer extremer. Ja, natürlich. Und bei mir mit dabei natürlich StreetDigger2. Ein wunderschönen guten Hallo. Und Tagoon. Moin Leute und Trivolo an dich, die Frage, hat's die Hose ausgehalten? Die Hose hat's ausgehalten, definitiv. Aber das Problem ist, der Kaffee ist flüssig. Der Kaffee ist noch nicht hart. Boah, ist schon ein bisschen eklig, ne? Ist kein Mocker. Ne, ist noch kein Mocker. So, heute machen wir mal wieder bei mir so ein paar Nebenquests. So ein paar Nebenquests, auf die wir eigentlich sonst so, ja, keinen Bock haben. Oder die wir dann halt immer so nebenbei machen. Während der andere halt so aufnimmt. Also, als erstes bin ich hier im Questbook ein bisschen weiterge... Im Questbook, hab ich gesagt. Da bin ich jetzt ein bisschen weitergekommen. Ich hab mal hier Steel Harvest, Nether Diamond und Emerald. Und wenn ich das hier sehe, Manolin Harvest, dann ahne ich schon, auf was das hinausgeht. Ich bin ja so doof. Ich versuch mal hier ein Schaf spawnen zu lassen. Ich bin ja so doof, Alter. Ey, die ganze Zeit, die ganze Zeit haben uns die Quests eigentlich gesagt, was wir für Material brauchen, Alter. Weißt du, jetzt bei der letzten komm ich so hinter. Komm ich so hinter, weißt du so... Ja, Copper Harvest, da hat er uns das gesagt, wir brauchen eine Kupferspitzhacke. Iron Harvest und so weiter und so fort. Und jetzt brauchen wir Manolin. Was brauchen wir von Manolin? Kobalt. Wie viel Kobalt, wie viel Arzeit? Wie war das Verhältnis noch? Helfen bitte. Hältst du mir auf die Sprünge? Ich weiß es nicht. Warum weißt du nicht? Gut, okay. Dann breche ich hier nochmal auf die Stelle ein bisschen Kobalt aus der Wand. Weil hier vorne irgendwo gleich müsste was kommen. Hier gleich so da, genau. Hier. Und bei diesen Imps bin ich immer noch fasziniert, wie viel live die Typen haben. Ja, ganz krass. Ey, für so einen kleinen Moped, so viel live? Wer zündet mich denn hier schon wieder an? Wahrscheinlich eine Fledermaus. Ja, Alter, mit diesem Terra Steel Schwer scheiß gedöhnt. Da musst du richtig aufpassen. Oben drehen und einfach linke Maustaste spam ist eine ganz große Idee. Im Neter. Ja. Brauche ich denn nicht? Rotten Flash brauche ich nicht. War das überhaupt Kobalt? Ja. Kobalt, boah. Ey, verdammt, guck mal rein in das Buch, wie hoch das Verdichtungsverhältnis sein muss. Hm? Zwischen Kobalt und Ardite. Augenblick, Augenblick. Was, Augenblick? Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch immer nur so 15, 20 Minuten pro Folge. Und er sagt Augenblick. Ja, Augenblick. Ey, Lan, was geht mit dir, Mann? Ich habe den Sonny Dingman gemeint. 1 zu 1. 1 zu 1, wunderbar, dann gehe ich hier wieder weg. So, dann haben wir zweimal... Äh, weißt du was? Ich nehme einfach hier Stockbein-Ding. Holzbein-Ding. Alter. Und dann könnte ich eigentlich auch einen Street in den Neter jagen. Weißt du nicht? Um ein bisschen Osmium zu holen. Doch, das kannst du mal machen. Was für ein Mining-Level hat das? Manolün. Aha. Manolün. Und Manolün kann ich dir gleich herstellen. Wenn ich wieder jetzt in der Overworld bin, dann kann ich jetzt so Schmelze flitzen. Da sind noch ein paar Ardite-Dinger drin. Da müsste eigentlich noch Ardite drin sein. Wir müssen das sowieso mal rauslaufen lassen. Hm, so ein bisschen. Weil ich glaube, in der Schmelze sind vier verschiedene Materialien drin oder so. Läuft, läuft, läuft. Läuft absolut bei uns. So, ein Ei brauche ich noch. Okay, warte mal eins. Achso, du machst jetzt die Eier-Quest, ja? Ich mache jetzt bloß mal ein Schaf. Ach, du machst ein Schaf? Damit du Tagoon auch noch ein bisschen was zu tun hat. Damit du dich so ein bisschen zwischen den Schafen legen kannst und sagen kannst. Ja, warum liegt da eigentlich Stroh? Genau, genau. Und warum hast du eine Maske auf? Ja. Ja, ich habe doch keine Maske auf. Der Witz ist so alt. Könnt ihr mal aufhören damit? Das ist ekelhaft. Bäh. Ey, das ist ein Klassiker. Ja, irgendwo schon. So, als allererstes. Welche Quest wollen wir machen? Äh, will ich machen. Achso, wir haben hier beim letzten Mal ja den Blast Furnace gestern hergestellt. Titan und Stahl gibt es dafür. Taschen voll. Nö. Mache ich jetzt nicht. Ach, warte mal, ich habe noch Ardite. Einmal Ardite, bitte. Einmal Ardite da rein. Wo ist es? Da ist es. Ardite da mit rein. So, jetzt kommen wir zur Quest. Also, hier nicht. Äh, what the world embraces. Und zwar, taking control. Wir brauchen einen Drawware Controller. Äh, Drawware. Und jetzt bin ich nämlich gespannt. Boah, dieses Mana Tablet. Nervt ja auch nur minimal. Ein Drawware Controller. Wir brauchen dafür zwei Redstone Komparatoren. Guten Tag. Ein Stone. Äh, einmal zwei Draw, ein Diamond und noch ein bisschen Stone. Gut. Draw. Hier. Nicht. Ach, siehst du, da wären sogar noch Ei gewesen. Na, egal. Aber hier kann ich mal was zusammen stacken. Und da kann ich mal was zusammen stacken. Und das kann ich dann mal einfach reinpacken. Ich habe hier drei Eier in der Tasche. Na so, was? Dann würde ich mal zum Arzt gehen. Ich wollte es nicht sagen. Hast du nicht eben gerade gesagt, du brauchst Eier? Ich habe, danke. Ach so, zwei Stück. Ich hoffe doch. Ich hoffe, du bist gesund soweit, ne? Ja, ja, doch, doch bin ich. Ja, nee, ist gut. Ich mache mir da ja nur auch so meine Gedanken, ne? Hm, lass uns besser. Dann fühle ich mich wahrscheinlich auch besser. Boah, schäm dich. Du schweig. Warum denn? Du hast den rosa Anzug an, nicht ich? Ach, nur die Geschichte. Alle hacken sie auch mal im Anzug rum. Sie sind nur neidisch. Ja, ja, klar. So, wir haben Schafe. Trivolo denkt ihr immer nur, sie sind nur neidisch. Mehr ist das nicht. Das ist ja pure Neid. Wir haben Schafe. Das ist schön. Ja. Ja, wenigstens einer freut sich. Ja, ich freue mich auch. Hey, Freude. Alter. Hier müsste doch irgendwo noch so eine Scheiß-Draw, genau, hier. Sind die richtig? Ja, ein mal zwei. Ich nehme mal gleich mehr davon mit. Ach, hier haben wir auch noch diese Compacting-Draw. Nehmen wir auch mal mit. Äh, da müssten eigentlich noch von Klaus mehr sein. Was denn? Aus deiner, aus deinen Quest-Beständen. Ja, ja, die müssen alle da drin sein. Weil, ich weiß nämlich nicht, wie das mit diesem Lagerungssystem funktioniert. Die ganzen Guides, ich nenn's mal einfach Guides, auch wenn die wie immer total überaltert sind. Ähm, ja. Die haben, die haben alle nicht diesen... Wie heißt das Ding jetzt? Compacting-Draw. Den haben die alle irgendwie nicht da mit drin. Warum auch immer. Hm, keine Ahnung. Gab's wohl zu dem Zeitpunkt noch nicht. Damals halt. Damals. Oh. War ein Krieg. Ja, ja. Oder vor ein Krieg. Hallo? Krieg. So. Krieg. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Hm, das wär schön. Ja, das wär richtig. Das wär toll. Ja. Ja. Ich brauche noch Sticks. Und hier hab ich nämlich noch acht Sticks gesehen. Das wusste ich nämlich noch. Nämlich. Ne? Wenn nämlich und dämlich mit H schreibt, ist nämlich dämlich. Und man merkt es, ne? So, es ist 22 Uhr 30. Die beiden Jungs sind so ein bisschen müde. Keiner fährt mir mehr in die Parade. Das ist wunderbar. Ab 10 Uhr. Ja, ja, ja. Das ist, hm, 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 hm. So, ab 22 Uhr werde ich ja erst mal wach. Ja, genau. Das Problem ist, ich bin schon seit sechs wach. Äh, halb sechs. Äh, halb vier. Dein Leid, ey. Was interessiert uns das? War mir klar. Jetzt wollte er wieder nur auf die Kacke hauen. Das ist wein. Natürlich. Natürlich. Ah, verdammt, wir brauchen Neter-Quarz. Haben wir irgendwo Neter-Quarz? Neter-Quarz. Ja, müsste auch irgendwo unten sein. Ah, verdammt, haben wir irgendwo braune Pilze? Ja, da müsste, glaube ich, ein Feld sein oder so. Rote Pilze sehe ich, ja. Hm, der rote habe ich gerade erst abgeerntet, aber braune sind mir jetzt auch noch nicht über den Weg gelaufen. Dann haben wir keine. Ah, mit. Da haben wir bestimmt irgendwo welche Essenskiste oder so. Nee, auch nicht. Nee. Äh. Bist du sicher, dass du unbedingt braune Pilze brauchst? Ja, ich brauche einen braunen Pilz. Einen braunen Pilz. Ja, hast du Pech gehabt. Warte mal, komm mal hier. War das nicht mal, dass die nur einen braunen Pilz hatte, irgendwie für eine Quest? Ja, irgendwie so. Und zwar genau einen einzigen? Möglich. Durchaus denkbar. Sag mal, ja, sehe ich doch noch Spores. Braun-Masherum-Spores, ja, toll. So, und so. Dich mal weg. So, und ich habe ewig den Komparator mehr gebaut. Bö, 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 da. Da einen hin und dann, äh, hier. So, braunen Pilz. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir damals in der berühmten Folge mit den Pisten, da hätte ich mir sowas gewünscht wie Nordenav Items. Ich habe mir nämlich neulich diese Folge angeguckt und ich habe, ich hätte weinen können. Über so viel Doofheit. Also, damit meine ich mich, damit meine ich mich selber natürlich. Ja, wen sonst, ne? Was brauche ich denn da noch alles? Diamond habe ich nicht. Ah, Mann. Ne, habe ich auch, habe ich ausgepackt? Den Diamond ausgepackt? Hab ich, hab ich, hab ich nicht. Hab ich doch noch. Das ist doch die Pest. Denke ich mir auch gerade. So war das jetzt. Komparator, Komparator, der ist falsch, der könnte dahin. Hast du noch ein bisschen Ferdinizer? Magical? Das, da ist der Bestand wirklich null. So, und, äh, nein, äh, so. Genau, so, way. Fertig ist der Draw-Controller. So, was gibt es als Quest-Belohnung? 8 Spruce Draw, die einfachen. Controller will feed the Items into Draws up to 12 Blocks away. Alter, jetzt sollte ich auch noch ein Mutandes bauen, oder was? Aber, aber der müsste doch damit irgendwie verbunden sein, oder nicht? 12 Blocke away? Das ist, hä? Hä? Wie denn jetzt, äh, Walter? Ja, äh, ich weiß auch nicht, ne? Ne, ich auch nicht. Mach mal gar nicht. So, pass mal auf, ich packe den jetzt einfach mal hier hin, so, bäm. Und der macht jetzt was? Nö, der ist gar nicht so toll, kann das sein? Ähm, äh. Steht hier in der Quest-Beschreibung nicht wieder irgendwie. Having a bank of drawers is all well and good, but rooting items to the correct one with pie? Pipes? Ach so. Draw controller will act as... Ja, aber wenn der wie ein Input funktioniert, warum? Ach so, das heißt, ich muss den irgendwie mit einer Pipe verbinden und dann funktioniert das? Was, wie, hä? Ja, wenn du jetzt in, äh, das Quest-Book guckst. Ja. Unter Punkt 6, What the World Embraces. Und dann machst du, guckst du die Quest an Taking Control, die müsste bei dir als fertig abgehakt sein. Fünf war das, ne? Ja. So, dann... Sechs war das, aber es macht nix. Ach so. Mal sechs, ah, guck mal hier. Da ist jetzt eine fertige Quest. Ja. Und wenn ich mir den Text jetzt durchlese und das richtig interpretiere, muss da irgendwie eine Pipe ran. Und dann kannst du den kompaktigen Drawer, kannst du irgendwas reinpacken und der schickt das dann gleich weiter. In die richtige Pipe. Äh, richtigen Drawer. So verstehe ich das jetzt jedenfalls. Ja, aber ich glaube, du musst bloß den, äh, Controller mit einer Pipe verbinden. Den Rest müsste er eigentlich so direkt connecten. Haben wir hier noch irgendwo eine Pipe? Bestimmt, ne? Apropos Pipe. Apropos Pipe. Können wir auch gleich mal weitermachen. Äh, ich nehme einfach hier so eine Quarz-Pipe. Bim, bim. Und dann reiße ich den Drawer-Controller hier nochmal ab. Aber ich muss hier ganz ehrlich sagen, äh, wenn das der Fall ist, dann ist das für mein Let's Play, also für das andere Let's Play, ist das useless. Okay. Nochmal einen da raus. Wollte ich noch Essence of Nature, okay. Nö, irgendwie. Ähm, Street jetzt sagt nicht, du willst gerade die Dinge zu bauen, die Mycelium-Blöcke. Ähm, ich möchte keine Mycelium-Blöcke bauen, ich möchte Magical Fertilizer bauen. Ah, ja, gut, okay. Wollte nämlich für die braunen Mushrooms einmal fix Mycelium-Blöcke bauen. Ja, okay. Hui, jetzt habe ich ein bisschen was. Also irgendwie der Drawer verwirrt mich. Weil der funktioniert irgendwie nicht so, wie ich jetzt angedacht habe. Okay. Ja, das ist doch doof. Also wer jetzt, wer sich jetzt berufen fühlt, kann das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich denke mal, ich werde mir das sowieso nochmal angucken. Weil das ist ja, geht einfach nicht. Kann da nichts reinpacken. Hm. Nö. Funktioniert einfach nicht. Ich habe da jetzt zwei. Also ich lasse es erstmal so, wie es ist. Das sieht aus, als gehöre das so. Das sieht aus, als gehöre das so. Also lasse ich das so. Ganz klar. Und dann denke ich mal, können wir noch ein paar Pipes bauen. Oder? Ja. Weil ich glaube, da war ja auch noch ein bisschen was offen. Haben wir irgendwo eine Kiste für Redstone? Bestimmt im Keller, ne? Ich glaube, eine feste Kiste haben wir nicht. Dann packe ich das erstmal hier bei Burning for Save mit rein. Äh, Witchery. Weil ich habe die Taschen irgendwie... Ich habe die Taschen irgendwie nur noch voll. Irgendwie stecks einfach nicht. Ich werde den nicht loszuhören. Was ist los hier? Digga. Muss ich mal die Taschen leer kriegen? So. Pipes. What the world enable. Achso, das ist mir den Blast-Fern. Jetzt ist es abgeschlossen. Bomb. Logistical Improvement. Stripe Transport Pipe. Diamond Transport Pipe. Und eine Emerald Transport Pipe. Äh, Glas. Haben wir Glas? Bestimmt, ja. Doch. Sicher? Ja, müssen wir unten haben. Okay. Ich habe gerade mal geschaut. Also ich habe keins mehr auf Tasche. Aber ich glaube, ich habe hier in irgendeinem von den beiden Bags gerade genau 64 Sand. Ich habe hier in irgendeinem von jemandem gewonnen. Ich habe hier in meinemowaćies ein paar Ratsch, das ist nicht so schwer, sondern so ein paar Was ist das überhaupt so ein Ratsch? Ich habe hier in meiner Nähe. Ich habe hier in der Nähe. Ich habe hier in meinem Namen. Ich habe hier in anderen Namen. Ich habe hier in meinem Namen. Ich habe hier in meinem Namen.